Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo zusammen! Wir sind Frequenztherapie und wir wollen euch mal hinter der Kulissen mitnehmen. Manchmal machen wir nämlich das. Das passt schon. Manchmal machen wir auch das. Es geht so, dass wir zu etwas machen wollen. Es geht so, Und ab und zu einfach ein bisschen dort. Untertitelung des ZDF, 2020